Servus und willkommen zum nächsten Part des Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Ja, wir sind wieder am Start. Letzte Folge lief es ja ganz erfolgreich eigentlich und ich habe in der Zeit dann mal ein bisschen die Manageraufgaben erfüllt und so weiter und so fort mit dem Fitness-Team. Ich habe da ein Gold-Set bei rausbekommen, ist ja ganz normal, man kriegt ja ein Gold-Set, wenn man alle Manageraufgaben erfüllt, allerdings nur eins mit einem seltenen Objekt und das ist hier leider kein Spieler, sondern eine Vertragskarte und wir haben Jalé gezogen vom PSG, den bespeichere ich, den bespeichere ich, also den speichere ich natürlich auch im Verein, genau wie die Trikots und alles andere, den Rest diskarte ich, aber Jalé nehme ich einfach mit bei PSG und so. Vielleicht ist er doch noch was wert, weil Pace ist ja dieses Jahr zumindest im Prinzip nicht so richtig, teilweise ist es doch ein bisschen überwiegend, wenn man langsame Verteidiger wie Basali hat und Pato dagegen, aber sonst, es geht eigentlich klar, also so wichtig ist es nicht, Stellungsspiel ist da auch schon ziemlich wichtig. Und die Folge hat einen ganz bestimmten Titel und ihr werdet im Laufe des Spiels, beziehungsweise im Laufe des Videos noch sehen, warum das so ist, ich werde den Titel jetzt nicht sagen, ihr habt ihn ja selber gelesen und ähm, naja. Ja, so, wir suchen erstmal einen Gegner, das dauert ein bisschen länger mit diesem Team, keine Ahnung, aber da haben wir Road to Slatern gefunden und Road to Slatern hat ein wirklich interessantes Team. Erstmal schönes Trikot, ich fand auch die Kombination sehr cool von meinem und seinem, dann ein bisschen Buggy und dann, ja, Road to Slatern halt und zwar ist es ein, ja, Serie A Team mit ein bisschen Kolumbien, beziehungsweise ein bisschen, ähm, ja, Barclays Premier League dabei und zwar eigentlich die ganze Hintermannschaft und ja, deswegen, ja, passt auf jeden Fall einigermaßen, sieht ziemlich stark aus und wir springen mal in die erste Szene, da haben wir Andy Carroll. Andy Carroll setzt sich gegen Koscellen, die durch die letzte Folge noch gelobt habe, geht dann mit dem Übersteiger vorbei und, ähm, ja, wird abgefälscht und deswegen gibt es Eckball, die Chea feuert da seine Mannen an, dass sie sich konzentrieren und das hat leider Gottes auch irgendwie ein bisschen funktioniert, aber die Ecke kommt nochmal gut rein und da ist der Kopfball von Basali, aber wie gesagt, Basali ist eigentlich relativ Kopfballschwach und macht es deswegen nicht. Ich habe in dieser Folge, wie gesagt, äh, Chemistry Styles, also erstmal richtig angewendet, also auf alle Spieler und mir ist aufgefallen, seit ich die angewendet habe, spielt Basali beispielsweise schlechter. Der Basis-Style ist ja, dass alles ein bisschen erhöht wird, glaube ich irgendwie, beziehungsweise, dass alles einen kleinen Boost hat, ich weiß es nicht, während wir hier das 0-1 kassieren, vollkommen unverdient zu diesem Zeitpunkt, das war sein erster Schuss aufs Tor und dann auch noch so ein glücklicher Abpraller und Lorina, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, seitdem spielen die irgendwie komischer, die kriegen ja irgendwie, wenn sie den Basis haben, auf alles so ein bisschen einen Boost und sonst irgendwie nur auf spezielle Bereiche und da könnt ihr mir eure Erfahrungen in die Bereiche, in dem Bereich in die Kommentare schreiben, wenn Carrier schon wieder die nächste Chance vergibt. Ist es bei euch auch so, dass die Spieler teilweise in gewissen Bereichen schlechter werden, wenn ihr Chemistry Styles anwendet? Denn das würde mich wirklich mal interessieren, weil teilweise ist mir das, ja, doch relativ nervig, wenn dann so ein Basali plötzlich schlechtere Stellungsspiel hat, nur weil sein Pace ein bisschen hochgegangen ist. Naja, ihr könnt mir, wie gesagt, in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren und das, ja, nächste, was wir sehen, ist ein Schuss. In der 51. Minute schon, wir sind ein bisschen nach vorne gesprungen, war ein sehr Highlight-armes Spiel, aber ich war relativ überlegen eigentlich. Jedoch hatte er die besseren Chancen und das ging dann so weit, dass ich, ja, den Kone für Carrier eingewechselt habe, weil nichts ging in der 59. Minute. Eckball von Arteta, Flanke kommt rein, wunderbar, alles mögliche. Jetzt der Flick von Basali, ich denke mir, okay, Wolle, komm, 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 nöt nix, okay, dann gibt's halt den Elfmeter. Absolut unnötiges Foul, da der Ball wäre von Basali nie im Leben ins Tor gegangen, weil Basali ist bei Scott kein Torjäger. Aber gut, so kriegt den Elfmeter, weil Kyle Walker sich da ein bisschen dämlich anstellt und Arteta, ja, der macht das selber natürlich mit 88 Elfmeter, darf man sich da schon mal erlauben und der Keeper bewegt sich ein bisschen, aber er springt nicht und so ist der Ball in der linken Ecke. Gar nicht so platziert geschossen, aber trotzdem gut genug, dass es hier nach der 61. Minute 1 zu 1 steht, endlich. Und ich würde sagen, Comeback is on, oder? Ich meine, so schwer kann das doch nicht sein. Wenn wir jetzt hier ein Tor haben, vielleicht ist der Gegner ein bisschen verunsichert, vielleicht kriegen wir ihn noch zu einem 1 zu 2. Hey, vielleicht ist da die Möglichkeit, während Arteta hier wirklich den, ja, ziemlich nice macht, allerdings, ich weiß nicht, wie rot die Wiederholung da dreimal war, aber das sei jetzt mal vollkommen eingestellt. Zumindest nächste Szene, 64. Minute, Ball kommt zu Pogba, der mit einem schönen Ball zu Kone. Kone mit dem Außenriss gerade eingewechselt, das wäre richtig nice gewesen in dieser Situation zum 2 zu 1, der gerade eingewechselte Aruna Kone. Dann 74. Minute, Klischee über Außen und auch sowas muss jetzt echt nicht sein. Also Lory macht da wirklich die Flugente, springt unter dem Ball durch, hätte den noch irgendwie halten können, finde ich. Also so platziert war der Kopfball jetzt nicht und den kann man als einer der besten BPL-Keeper schon mal halten. Das war wirklich kein so gut getretener Ball, aber so liegen wir halt wieder zurück. Und ich kann schon mal gleich sagen, es wird noch schlimmer, denn wieder ist Iwabu da. Iwabu ist schneller als Koscellny, der kommt zwar noch einigermaßen gut hinterher, aber dann steht da Muriel in der Mitte. Und das war wirklich ein Tor, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, nicht weil er mich gestört, nein, einfach weil Lory den als Superkeeper mit 84er Bewertung aus der BPL halten muss. Der rollt ihm unter, ja, ich werde schon wieder sauer, wenn ich das sehe und so. Ja, haben wir ein Torwartproblem eventuell? Ich meine, so gut ist er nicht, er ist im Preis auch nicht so hoch, vielleicht liegt es daran, dass er wirklich nicht gut ist. Aber was soll's, 90. Minute, wir kommen nochmal zurück mit Santi Cazorla, mit einem schönen Finesse-Schuss. Aber im Endeffekt hat er dann leider nichts mehr gebracht. Wir hatten noch ein paar Ecken und gute Chancen, aber naja, das Tor wollte nicht mehr fallen am Ende. Er hat unverdient gewonnen, muss man leider im Endeffekt sagen, auch wenn er wirklich kein schlechter Spieler war. Er hatte einige Chancen, aber ich habe das Spiel eigentlich bestimmt. Und so verliere ich halt diese erste Partie in dieser Folge mit 2 zu 3. Und das liegt, naja, zu großen Teilen auch am Keeper. Und das regt mich schon ziemlich auf, weil das war in FIFA 13 bei mir schon immer so, dass der Keeper irgendwie ein bisschen, ja, beschissenen Einfluss auf mein Spiel hatte, weil oft Fehler gemacht wurden vom Keeper. Wir sehen hier nochmal, Road to Slatern hat weniger Schüsse und alles mögliche, auch weniger Ballbesitz, also ich war wirklich dominierend. Aber du kannst halt nichts dagegen machen, wenn dein Keeper nicht will, dann will dein ganzes Team nicht. Und so ist es dann im Endeffekt, ja, gelaufen. Und gut, dann schauen wir mal, was das nächste Spiel bringen wird, denn wir machen natürlich in einer Doppelfolge, beziehungsweise wenn wir schon eine Doppelfolge hier raushauen sollten. Sonst kommt die Folge ja am Mittwoch. Dann hauen wir ja natürlich auch jedenfalls auch wieder zwei Spiele raus. Das ist ja hier auch eine vollwertige Folge, deswegen heißt es ja Doppelfolge und nicht Extrafolge oder sonst was, Extrapart. Ne, ne, wir hauen auch ein richtiges Spielchen raus. Ihr seht hier, alle haben irgendwelche, ja, Chemistry-Styles und dann spielen wir gegen die Tackers. Und, naja, die Tackers haben schöne Trikots und ich hoffe, dass man die erkennen kann. Und das war allerdings nicht das größte Problem, denn das größte Problem war eigentlich sein Team. Es hat eine 76er-Bewertung und es sieht echt nicht so stark aus, aber es hat Spieler drin wie Valbuena, wie Lacazette, die unglaublich stark sind. Und an dem Team wird man sehen, so viel Pace ist gar nicht notwendig dieses Jahr. Auch 4-1-2-1-2, dann ist die andere Formation mit den Flügelspielern. Und es geht gleich mal gut los, neunte Minute, Ball kommt zu Henri, glücklich muss man dazu sagen, weil Koscielny da ein bisschen Mist macht. Und der schießt mal drauf und da rettet zum Glück der Pfosten Juri. Wer wieder nicht da gewesen, konnte man da aber auch keinen Vorwurf machen, denn das war wirklich eine gute Aktion. Dann De Giglio, wunderbarer Pass in den Lauf von Sturridge nach dem Foul an Carroll da, das nicht gefiffen wurde. Und Sturridge lässt sich diese Chance nicht nehmen und verwandelt in der 27. Minute eiskalt mit der Welle als Jubel zum 1-0. Schönes Tor von Sturridge, er hat den guten Abschluss bewiesen und der Passwort von De Giglio war natürlich auch ein absoluter Traum. Da lag Carroll noch am Boden und dann spielt er genau durch diese Lücke, durch die Verteidigung durch und Sturridge schiebt einen mit ein bisschen Glück zum 1-0. Es sollte allerdings nicht lange so weitergehen, er war wirklich stark, muss man ganz ehrlich sagen. Trotzdem hier nochmal eine Chance für Sturridge. Ateta, 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 okay, Flanke, da ist Sturridge und Mandana mit dem Fehler und es steht 2-0. Okay, anscheinend geht es doch noch ein bisschen so weiter und hier kommt der KS. KS.I. Tanz, ich hab keine Ahnung, ich verbinde das irgendwie mit KS.I., es passt irgendwie zu KS.I. dieser Tanz und irgendwie sieht Sturridge auch ein bisschen so aus wie der gute JJ. Also keine Ahnung, aber macht ja auch nichts, denn unser 10er hat hier unser 2-0 gemacht und das ist doch schon mal sehr gut. Und auch der Keeper von unserem Gegner sieht ja nicht gut aus, vielleicht hat der ja auch ein Torwartproblem und nicht nur ich zumindest sieht es so aus. Aber wir springen mal in die nächste Szene, das war wie gesagt kurz, beziehungsweise wie ihr seht, kurz vor der Halbzeit. Und ebenfalls kurz vor der Halbzeit, also, ach komm schon, also Koscellny hatte den sicher und Basali hatte den auch sicher. Und dann kommt Lacazette da so durch und schiebt den da so, eiert den da so rein und auch den hätte Juri an einem guten Tag sicherlich halten können. Also ganz im Ernst, naja, so gut geschossen war der nicht, aber so steht es halt nur noch 2-1. Und Joga Bonito, Joga Bonito ist, übrigens, ich packe mal einen Link in die Videobeschreibung, wovon Joga Bonito kommt. Das ist nämlich nicht von Pro und wir einige falschlicherweise gedacht haben. Ich packe dazu, wie gesagt, mal einen Link in die Videobeschreibung. Und dann eine gute Chance von Lateta hier, wunderbar gemacht. Ist auch wirklich nicht so langsam wie 55 Pace, also fühlt sich schneller an. Und dann eine Ecke und Carol ist da und dem hab ich extra noch eine Heading-Karte gegeben. Und dann funktioniert es auch fast, aber leider, wie gesagt, nur fast. Und dann dieser phänomenale Freistoß von Basali. Absolut mein Fehler, keine Frage. Aber auch irgendwie, ja, ach, ach man, zum Glück, zum Glück ist Juri da und verändert zumindest in dieser Situation nochmal das 2-2. Dann die Ecke von Lateta wird weggeköpft von Carol. Und ich, ja, skippe das jetzt mal ein bisschen, denn es gibt eine Minute später Valbuena und ich bin ein bisschen hinten wirsch. Und, oh, Mann, Juri, den muss man halten. Aus dem Stand, mit wenig Schusskraft, angedreht, Lacazette. Den kann man echt halten, also, oh, meine Güte, Juri, was ist denn los mit dir? Ah, na egal, so, 2-2. Ah, irgendwie ist unser Team scheiße irgendwie im Moment. Aber wir haben immerhin einen, das ist Starrett, Golasso, 72. Minute, das ist richtig geil. Habe mir eine Schusskarte gegeben. Wie gesagt, ist ein unglaublich guter Spieler, der einen unglaublichen Wumms hat mit seinem linken Fuß. Mit rechts auch nicht schlecht, aber mit links einfach überragend, wie er den Ball da ins lange Eck haut. In den Winkel quasi schon, naja, nicht wirklich in den Winkel, aber schon in die Nähe des Winkels auf jeden Fall. Hoch, halb hoch, Dreiviertel hoch, wie auch immer, ins Tor. War sehr schön und man dann, da sieht er wieder nicht gut aus. Aber es steht 3-2 und somit müssten wir das Spiel ja eigentlich in der Tasche haben. Dann der Wechsel, die Giglio geht raus, weil der mir gar nicht gefallen hat, genauso wie ein paar andere. Und 83. Minute, ja, paillé, okay, Fanny. Gut, Jungs, im Mitte, komm, wir kriegen das hin, los. Nein, 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 bitte, oh. Ja, Lacazette steht ganz frei. Juri beschwert sich da zu Recht ein bisschen, beziehungsweise ist zu Recht ein bisschen enttäuscht. Denn Lacazette hat ihn jetzt das Dritte reingedrückt. Und auch da hätte er ein bisschen was verhindern können, wenn er rausgekommen wäre von automatisch mal. Aber so sah er wieder nicht gut aus. Und dann Coné mit dem Dribbling und Verratti erobert den Ball. Coné hat ihn irgendwie wieder sicher. Und mit ganz viel Glück kommt er nochmal zu Lacazette. Und Lacazette, ja, penetriert mich. Lupfe auf Henri und wieder sieht Juri nicht gut aus. An einem guten Tag hätte er auch den halten können. Ich meine, gut, auch ein Keep. Also manche Bälle sind halt nicht so wirklich leicht haltbar. Aber im FIFA 13 bin ich mir ziemlich sicher, hätte er da gute Chancen gehabt, den zu halten. Weil so präzise war der wirklich nicht. Aber so macht Henri in der 90. das 3 zu 4. Und ich verliere auch dieses Spiel. Ich kann es schon mal sagen, ich hatte keine Chance gegen diesen Gegner. Wir haben ein eindeutiges Tor-Problem. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Wir werden sehen, wie es am nächsten Mal laufen wird. Ich verabschiede mich von dieser Folge. Bis dann. Haut rein. Schönen Dienstag oder Mittwoch, je nachdem noch. Ciao. Ciao.